Danke, liebe Miteigentümer. Fürs Erscheinen heute Mittag hier zur alljährlichen Eigentümervollversammlung des Wohnblocks Wilhelmstraße 48. Danke. Was mich echt nervt, ist das Thema Fahrräderabsteller im Hausgang. Bei uns stellt jeder Dackel, gerade wie es ihm passt, sein Drahtesel in den Hausgang rein. Trotz Verbotsschild. Trotz Verbotsschild. Und die Allermeisten sind so rostige Geppel mit granademäßig dreckigen Räufen. Sauerei! Genau! Und der Meillermeister geht mir auf den Geist. Wenn am Ende der Schneematsch an die Räufen hängt und der ganze Seuche, eine Mischung aus Wasser und Salz im Hausgang umeinander fährt und sich wirklich kein einziger Mieter berufe, fühlt mal einen Putzäumer zu nehmen, die Brie zusammen zum Fäge und draußen in Kanalisation reinzukippen. Dabei wäre etwa fünf Meter von der Haustür entfernt, ein Doladeckel in der Straße. Und der Mischung aus! Genau! Lango, wie mir das Theater nenne ja, dann stelle ich die Rostgeppel einfach hinaus auf der Grobmüll. Danke, liebe Mitbesitzer! Bis bald! Danke! Super! Danke! 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 Danke!